Wir sind hier mit dem Kultusfeld in der Welt einig, Christine Zerfäller. Auf der Landseite, die wir jetzt in der Region Europameisterschaften für A.R.T. mit Söderau. Wochina Zerhalska. Die Landseite, die Deutsche Europameisterin aus der Fülle, Jenna Riech. Auf der Landseite, die Leiter des Bundespräsidenten der Fülle, die Verteidigte von TV-Hartstein, Mariela Gutkewitz. Auf der Landseite, die Weltjahresbeste von den Verteidigte-Verteidiginnen von Frau Welterbüge, Dabin Nevelda. L.A. Die Mann 6, das ist die Rundmacher, der Grund für die Vordachsische Lächste bei L.A.C. Sinti Rohinger. Die Mann 7, die Hochschul-Hallgemeisterin, der Vordachssechste aus der Entwicklung, Sinti Römmelmeier. Und auf der Vordach vom L.A.C. Sinti Römmelmeier, der Vordachssechsten, der Vordachssechste aus der Vordachssechstinale. Piz Leini. Auf Wiedersehen! Das ist ein 70er-jähriger Doppel. Wir haben den Niederländen, das ist die Niederländen, zu den Niederländen, das ist die Niederländen. Applaus Applaus